ja die jahre leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen aufnahme wenn es zusammen mit markus und futur hallo hallo und zwar ist das hier ein kleines horrorspecial von uns hier für den neuen kanal wie es ja wahrscheinlich jetzt schon geblickt habt haben wir einen neuen kanal hier ja leute neuer kanal und so wir sind voll und ich drücke jetzt auf play ja ich auch das haben wir natürlich nicht genau synchron aber das passt schon ja ich drücke einfach enter dann sieht man bei mir nichts so pech gehabt müsst ihr bei jemand anders gucken ich bin jetzt hier am ufers ist ein anderer anfang letztes mal was ich also ne da wiederum laufen wir jetzt auch oh geil unter dem ding raus und links ich bin auch links ja also ich bin hier gerade in so einem ding ja warte 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 wir müssen wir müssen erst mal erklären was das für ein spiel ist überhaupt ja wir sind gefangen in so einem scheiß keller na berühmt würde ich sagen das ist der sinn davon und es gibt zeiten und wir müssen die ausgaben werden werde ich ok genau also gehen wir und es gibt ein monster das uns töten will und es ist einfach stockdunkel und das monster wird uns töten also es wird ja ähm wir laufen jetzt links ne ja ich lauf auch schon links ja ich lauf auch aber laufen also wenn ihr wenn man zeigt wenn Abzweigungen kommen dann ok bei mir kommen Abzweigungen rechts bei mir ist auch eine Abzweigung nein mir geht's nur rechts ihr rennt oder nein ich renne nicht bei mir liegt ein helm rum moment ein bauarbeiterhelm Mama ich hab ich glaub er ist tot ja bei mir ist nur rechts abbiegen bei mir ist auch rechts abbiegen nur ich lauf weiter ihr wisst schon links ist wo der Daumen rechts ist ne ja genau ok aber ich ich weiß nicht wo ihr seid ich hab kein bauarbeiterhelm ich hab keine Abzweigung ja die Map ist bei jedem anders und bei mir geht's schon wieder nur rechts rum also ich hab das Bild ich lauf jetzt immer grad aus Leute so ich kann lesen ja ich war mit Heng ok ich hab das heißt ich hab das Seite doch auch gerade so halt die Fresse ich hab das Seite Jungs weil ich hab doch vorgelesen achso ich hab bis dann hier was hast du hier hingepisst was something smells tell me what tell me again why we didn't bring actual flashlight with us this is shitty glow sticks one just long Phil ich hab auch eine Seite ich hab auch Matt Phil Phil also Phil if you see this my radio is busted hey die Seite hab ich auch hitting back to access a ladder to grab replace yo I have a replacement Alter Alter ich hab schon das Monster gefunden ja dann lass dich mal nicht davon töten am besten ja sonst was ne kurze Aufnahme ja für dich also rechts rum also rechts rum ich weiß nicht wie ihr geht ihr seid 100 pro wenn ich dieses Video sehen ihr seid rechts rum gelaufen dann ja wir sind auch rechts und ich bin an einer Kreuzung ich war und da gehe ich nicht ich bin gerade ausgerufen du bist links ich gehe auch links ich gehe mit Futur Futur weiß wie es geht und ich glaube ich habe die ganze Zeit Pro aus dem Raum rechts raus gelaufen nein ich bin links raus gelaufen die Map ist bei jedem anders die Map für jedes Mal neu generiert ja aber du hast das gleiche wie du Markus die gleiche Text ja das kann aber auch zu schnell sein bei mir auch zurücklaufen warte mal Jungs ich laufe in so eine ganz dunkle Ecke und das Licht flackert und hier ist schon wieder ein Zettel ich muss vorlesen Zettel Zettel kommt zu mir Zettel ich trau mich nicht Zettel ach ich hab den Zettel dammit okay verdammt das ist schon mal nicht gut er ist an der Leiter aber er hat vergessen die Schlüssel zum Eingang mitzunehmen und er hat sein letzten Leuchtstab nicht mehr und es war sein letzter Leuchtstab und er hat keinen Weg irgendwie ein Licht zu finden ja bei mir oh fängt er ein ja Futur ist schon tot Scheiß wie hier ist in der Meer dann rennt also wenn du tot bist dann musst du dann halt zu verschalten dann bin ich ruhig Futur ist eh gleich tot ich muss ganz ehrlich bei mir hier ist ein Schild da steht so den Wasserpumpen und auf der linken Seite ist ein Pfeil der weg zeigt von den Wasserpumpen der gezeichnet ist ich weiß jetzt nicht soll ich da hinlaufen oder soll ich weglaufen ich hab ein dunkles Loch gefunden reinkrabbeln ja reinkrabbeln ist cool die Gänge sind saugeil ich laufe jetzt rechts ich werd nur drauf das Wasser von mir steht wenn ich jetzt die abnippel wow alter scheiße Wasserrohr alter ich bin jetzt in so einem komischen Tunnel drin warum ist meine Sicht anders ja dann wackert wegen dem Wasserrohr dann verändert die sich äh ich steh grad hier hä neben mir ist ein Gitter und dahinter ist einfach ein leerer Gang und da ist kein Monster durch kein gutes Gefühl äh ich hab das Monster jetzt gehört alter ich hab's gesehen schon zweimal was hab ich gehört wie hört ihr das Monster ja das schreit doch so hä ich bin in einer Sackgasse und hinter mir ist glaub ich das Monster Alter Alter ich bin jetzt verschrocken ich bin jetzt verschrocken steckst du hier alter oh fuck das ist Monster alter scheiße das ist auch da oder ist nicht ne 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 ich geh nicht hingehen nicht hingehen wenn das irgendwo nicht hingehen ja nicht die Hand geben am besten Hallöchen hallo erstmal das Licht flackert wollt ich einen Kaffee haben? das Licht neben mir flackert ein Käffchen wäre nicht schlecht oder? oh oh wann ist es? ey aber ich hab's mir noch nie gesehen und noch nie gehört und bei mir ist auch noch nichts passiert ich glaub wenn diesen Gänchen damit passiert ist ich komm da nicht mal weiter alter hä fuck der Gang hinter mir hat sich verändert glaub ich ich glaub bei mir auch alter ich ja was sonst komm ich nicht fuck das hä das ist wie das Monster hä ich würde sagen würde ich nicht das ist nicht mehr süß ey das ist ein ist ein Monster oder was ist das alter ist das ne leiche oder ganz ne ich weiß nicht ist das da erhockt oder was ja ich komm nicht ey ich komm da nicht weiter ne ich komm nicht weiter ne dreh um ja geht nicht die Map geht nur dir die Map hinter dir verändert sich immer wieder dreh um ja irgendwie keine Ahnung hinter mir ist jetzt auch was ganz anderes Exzess was ich hab nen Zettel ich lese ja it feels like i am walking in a circle that or that was that or the walls are moving on me also die Wände bewegen sich Sven hat recht where the hell is the water pump raum again da war grad ne Schild bei mir aber der Pfeil der zum water pump raum gezeigt hat der war einfach ne Sackgasse und ich lauf grad durch Wasser ab Exzessgate hab ich ok jetzt ist das Monster nicht mehr da jetzt ist die Wasserpumpe da ja genau die Wände hinter dir drehen sich an der Horn das ist übelst verrückt das ist aber ein cooles Spiel ich lauf schon wieder stundenlang grad aus und es passiert einfach nichts bei mir war immer noch nie was aber ich weiß nicht auch fragt das Licht von der Zeit ist er etwa ich tischte Kloster gegen das Monster nein aber du hast eine Lose 6 die findest du in so Wasserpumpenräumen oder so manchmal ich hab noch keinen einzigen Raum gefunden ich auch nicht ich lauf seit stunden nur grad aus ich hab noch kein Monster gesehen bei mir ist noch keine Leitung exportiert bei mir ist kein Licht ausgegangen du meinst immer noch ich gehe im Keller spazieren also die Leitung ist explodiert äh fuck da drüben liegt schon wieder ein Helm rum warum liegen immer ein Helm rum aber kein Monster Alter du kriegst hier echt zu viel ich hab ne Seite ich hab... ok lies vor ich versuch's sie zu nehmen und ich hör das Monster ich hab's Gewirr gesehen ich weiß nicht was hier los ist äh ich krieg irgendwie so ein komisches Geräusch auf meinem Walkie Talkie und ich hab dir doch gesagt wir werden diese Notepacks brauche bei mir gibt's eine Abzahlung soll ich rechts oder links gehen das ist egal wir sind eh schon alle durcheinander also ich hab neu... bei mir ist hier ein scheiß kaputtes Rohr mir auch also ich hab ne neue Seite I think I took the wrong turn I don't remember all these damn gates and where the hell did these giant holes in the wall come from Phil ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße also bei mir ist so ein so ein Zeichen an der Wand so ein Viereck mit den Strichen da rechts links oben unten und Punkt drinnen bei mir ist auch mal ein kaputtes Rohr aber das ist eine Sackgasse aber das ist eine Seite oh fuck das Monster alter die Mip verändert sich echt dauernd alter wie geil also there is something definitely follow me I swear if that's I'm going kill you er ist tot oder nein da hab ich mich nicht ich will nicht zu schreien ah ich hab nen Zettel aber das war das Monster there is something definitely following me I swear if that's oh es ist das Geräusch eklig gewesen irgendwas ist grad über mir gekrabbelt I kill you nicht durcheinander Einer nach dem Anderen Alter fuck ich raste aus Alter ich auch ich hab's doch immer noch nicht gesehen Leute ne ich hab's immer noch nicht gesehen ich hab's immer noch nicht gesehen ich hab'n Zettel Moment ich hab's jetzt englisch gesehen und rauf mich jetzt an I think I just saw something growl into this dirt is fun boah alter Junge ne ich hab's wieder gehört also ich weiß wie ich will schon wieder hey ich hab'n jetzt auch dieses komische Zeichen war kurz oh mit dem Kreis ich hab'n Schüsse ich hab'n Schüsse ich laufe im Kreis ich bin schon wieder an der Stelle ich laufe im Kreis ich bin schon wieder an der Stelle aber jetzt ist der Helm weg ey soll ich links oder grad ausgehen Leute ja ja du geh längst links ist immer gut oh ich hab da auch jetzt ich hab'n das komische Zeichen äh im Viereck mit nem Punkt in der Mitte ja genau und ich hör'n ich hör'n irgendwas atmen da war alles Monster bei mir ich hör'n irgendwas atmen oh ich hab'n Zettel ich bin hier warum findet ihr kein Zettel und ich mit meinem behinderten Englisch muss das immer vorlesen oh das Monster ich steht direkt vor mir an der Wand ich steht direkt vor mir an der Wand dann rennen wir weiter oh das ein Zettel definitly hurt some aber ich bin wieder am Anfang something still I can't find ich bin auch am Anfang aber bei mir am Anfang steht einfach das Monster direkt neben der Tür ok aber ich hab'n ich hab'n Zettel Hank, where are you? Are you getting my notes? I don't ever know where I am think there's something down here with us I'm still looking for the water pump room the health look for your case Phil fragen wie lang geht denn das Spiel eigentlich ich hab'n Ahnung ich hab's nicht durchgeschrieben oder die Schlüssel findest und rauskommst also ich hab's schon ich hab's zweimal gespielt und einmal hab'n ich die scheiß Schlüssel gefunden ne? und stand direkt vorm Ausgang OH MY GOD RENN RENN oh mein fucking life, Junge oh also das ist doch mal, oder? oh fuck oh fuck oh die Knübel, die DBS explodiert diese Hure, ne? die so Hure, ne? die so Hure, ne? die so Hure, ne? die so Hure die so Hure ohne Witz, ne? ich hab'n schon wieder erzählt, oh mein, alter, wo würde mich fertig machen? hey, where are you? oh ne, die Reumann sich verändert, alter oh das ein Zettel? oh, krieg'n Michael, wenn wir noch eine Weile rein rein der nah war einfach die ganze Zeit rein ja, das Spiel war oh fuck oh fuck hier dann bin ich ruhig nein, Mann, das ist Molte, jagt mich, alter ich hab'n Zelle gefunden, so'n scheiß äh Pump Room, MRGT Room und keine Ahnung Generator Room hab'n Zelle wieder gefunden, aber, äh, warte oh ja, ich kann's vorlesen nein, na, Mann, da wird kein Kopf mehr Scheiß, Mann, ey, ich glaub'n, schon wieder ewig langer aus, ich kann dir was abbiegen, was? was hab'n ich hier? ne, ich hab' auch ganz so die komische auf der Tür, du auch? ich hab' zu close-stick gefunden ey, lass' ihn was hast du mit F anmacher, dann hast du quasi Licht ah, ich hab'n Zettel wir am Anfang, alter, was ist das für ein uah, man, scheiß ey, fuck, alter was ist das? habe ich nicht benutzt also, auf meinem Zettel steht nicht, ich hab' auf jeden Fall irgendwas gehört aber ich kann meine Schlüssel nicht finden oh, fuck scheiß Rohr und ich will nicht nein wisst ihr, was ich will nicht wow, man Futur eingestürzt, alter Futur ho, durch dort schon das Dauerl, alter oh shit du weißt was, ich glaub' ich zu einen Tonnen lang ich habe gerade auch ein zettel gefördert wird auch dieses mit dem dvd ist für die jährige einfach ich zeige ihn einfach in die kamera da also in der aufnahme und lese einfach nicht vor weil ich bin jetzt auch in so einem generatoraum ich bin auch in so einem generatoraum und der ist überlaut und ich habe auch so close sticks gefunden fuck das monster alter bleibt nicht sehr weiter ja ich gehe schon zurück alter das hat mich nicht gesehen scheiß missgebot ruche aber ist so sagt bei mir ändert es oder ja bei mir hat irgendwas getan aber ich weiß nicht was bei mir die bei mir die sicht ich weiß nicht wieso ja ich auch ich wusste nicht warum es hat die ganze sicht kasse und ich weiß ich werde steht hinter mir ich werde ich drehe ich jetzt um und betont wenn ich gleich nichts mehr sagt markus ist vorbei ok da bin ich alleine da habe ich keinen bock mehr ok ich lebe doch aber ich habe gesagt dass er doch irgend so gelächter alter ich höre irgend so ein scheiß gelächter ja du bist recht tot junge ich wünsche mir viel glück ich habe den gang gewechselt und da schon wieder die sackgasse nehme ich wieder auf wieder ich habe mich an es ist weg dass die luft aufgelöst 0 vielleicht hast du es besiegt ich auch und lachen das faktor halt weil er ist ein pfeil mann ja zack hast du es nicht tot ich bricht dich bei der herz alter ich weiß was auch vor allem wenn es auch immer hinter dir steht halt einfach und vor mir ist wieder eine sackgasse vor mir ist wieder eine sackgasse aber wir brauchen eine sackgasse alter ich will mich nicht schon wieder umdrehen und ich stehe wieder hinter mir da hinten war es gerade doch jetzt ist glaube ich weg hier ohne scheiß jedes mal wenn ich in die sackgasse lauf steht es einfach hinter mir vor mir alter ich bin dauer schock man in dem scheiß game ich bin glaube ich euch dort manche ich bin jetzt eine komische generator aber ich finde einfach nichts also ich sie fast nicht so deutsche wie komme ich hier wieder raus irgendwelche beschissenen stimmen ich auch alter ok da tropft wasser gleich explodiert wieder drohe ich bin gleich tot man ok ok ich sehe ich sehe ich sehe nur dunkel mann ich sehe nur dunkel hast du keine leute schärfe hast du keine leute schärfe ich bin schon wird sein bad sei da ich ja gerade schon aufnahm ein bisschen meine bildchen wird immer kleiner ich sehe fast nichts mehr ja da musst du da musst du weg aus dem dampf da wirst du unmächtig es taucht einfach auf einer ja nicht bewegen wenn sie noch nicht gesehen haben wenn es der bildschirm nicht verzieht nicht bewegen dort hat mich jetzt auch faktisch auch gesehen ich werde ich werde ich glaube ich habe es geschafft markus okay der z hat gesagt es hört mir zu ich will nicht dass es geht so hat beim bildschirm was ist los ich glaube dass ich jetzt einfach immer noch hinter mir ich bin wieder am anfang ich bin wieder am anfang einfach hoffe dass es nicht hinter mir ist wo leute ein bündchen wird einfach immer dunkler sackgasse jetzt will ich auch noch irgendwelche mücken herum warum muss ich der letzte seite das monster das scheiß monster das habe ich noch nicht gesehen knockdown ich bin tot fuck it okay leute das würde ich sagen war es dann auch schon mit der ja folge wenig hier ich war der letzte überlebende die anderen zwei dürfen wieder auferstehen von den toten und euch auch noch verabschieden wenn sie gerade mithören alter mich hat das ding gefickt ohne ende alter das war nicht schön ohne scheiß ich bin zum anfang zurückgerannt habe ich da am anfang eingestellt habe ich da am anfang eingestellt dann kam das wie ich nicht mein bildschirm wurde immer dunkler so wie es der markus gesagt hat dann bin ich rausgerannt bin nach rechts in der sackgasse habe ich umgedreht und das vieh stand hinter mir ich habe mich nicht bewegt und es kam ganz langsam auf mich zu hat mich noch nicht gesehen auf einmal dreht sich um und bricht mein genack und jetzt zieht es mich hinter sich ja sowas bei mir auch er hat mir das genick gebrochen nicht das genackt sondern bei mir war es das genick er geknackt alter hat es nicht knackt hat es genick das geknackt hat es weißt du knick knackt ja aber es war lustig ja eindeutig und ich würde sagen machen wir mal wieder wenn wir mal lustig sind auf jeden fall ging ja relativ schnell jo leute und ich würde sagen an der stelle verabschieden wir uns dann wirklich mit der ersten folge auf dem neuen kanal und damit servus und ciao servus und ciao ciao